Berchtenlauf am 19. November ab 18.30 Uhr am Stadtplatz Mürzzuschlag. Die Ganzstarteifel präsentieren 30 Krampus- und Berchtengruppen aus ganz Österreich und Südtirol. Feurige Bühnenshow und Umzug in der Innenstadt. Live auf Megascreen am Stadtplatz. Um 21.30 Uhr Rocktime im Stadtsaal Mürzzuschlag. Raureif. Berchtenlauf am Samstag, dem 19. November ab 18.30 Uhr am Stadtplatz Mürzzuschlag.